Hey ihr daheim, hey Bomben, ihr könnt sich glauben, ich bin hier gerade auf 5000 Meter Höhe, fast 5000 Meter. Mein GPS sagt 4984 Meter, ist schon echt einiges, es war anstrengend hier hochzulaufen, die Luft hier oben ist einfach verdammt dünn, aber wisst ihr was, ich wollte euch einfach nur Grüße schicken von hier oben, von quasi den Größen von Nepals, ich habe es geschafft hier hochzulaufen, hätte ich nicht gedacht anfangen, weil es einfach verdammt anstrengend ist. Einfach viele Grüße und ja, wir sehen uns die Tage.